Wir sind hier beim Game Jam von Creative Gaming. Ein Game Jam ist ein Event, wo mehrere Leute zusammenkommen und die dann zusammen an den Game sitzen. Wir haben hier unsere eigenen Spiele programmiert zum Thema Hello, I save the world, please. Wir haben einen Plattformer gemacht, in dem man durch verschiedene Level springen muss. Man ist halt der Professor hier und muss einen USB-Stick finden und ihn dann in den Computer hier stecken. Er ist halt verglitscht. Da ist eine KI drauf und der soll eigentlich die Welt retten, aber dadurch, dass er verglitscht ist, zerstört er dann die gesamte Welt. Wir haben zwei Devs, die kennen sich relativ gut aus. Es gibt die Game Designer, die auch Geschichten entwickeln. Dann haben wir jemanden, der Sound macht. Am meisten macht mir Spaß, dass ich andere Menschen kennenlerne. Ja, das war der Game Jam, der erste Teil der Future Games. Und nach den Sommerferien geht es in Hamburg im Medienlog weiter mit einem offenen Spielen. Angebot immer am Mittwochnachmittag.